Herzlich willkommen im Heilpädagogischen Zentrum Grefeld-Kreis Viersen GGMBH. Menschen mit Behinderungen stehen im Zentrum unserer Arbeit. Ganz gleich, ob sie körperlich oder geistig behindert oder psychisch erkrankt sind. Es ist unser Anliegen, Ihnen allen eine intensive, individuelle Förderung zu bieten. Für viele unserer behinderten Mitarbeiter sind die Werkstätten des HPZ die geeignete Form der Teilhabe am Arbeitsleben. Für den einen oder die andere ist aber auch der erste Arbeitsmarkt als Perspektive erkennbar. Menschlichkeit hat bei uns eine lange Tradition. Seit über 40 Jahren sind wir als Heilpädagogisches Zentrum, das HPZ-Spezialisten und die Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen ganz unterschiedlicher Art. Und weil unsere Arbeit kein Selbstzweck ist, sind wir darüber hinaus mit unseren Dienstleistungen und Produktionen in unseren neuen Werkstätten ein interessanter Partner für Industrie, Handwerk und Dienstleister geworden. Mit unseren 2000 Mitarbeitern sind wir Ihr Partner, wenn sie auf Preis, Leistung und Nachhaltigkeit Wert legen. Wir meistern komplexe Produktionsabläufe unterstützt von unserem hochmodernen Maschinenpark. Eine perfekt abgewickelte Logistik und Lagerhaltung ist die Grundlage unserer Arbeit und macht uns zu einem starken, zuverlässigen Partner für Industrie, Handel und Verwaltung. Ohne mich läuft hier nichts. Egal ob es um Metallverarbeitung, um die große Wäsche, um Konfektionierungsarbeiten oder Außenarbeiten in Garten und Parks geht. Als unsere Kundinnen und Kunden profitieren sie dabei auch von unseren günstigen Konditionen. Sie wollen Ihre Produkte etikettieren, verpacken und versenden? Das und noch vieles mehr können wir für Sie erledigen. Manuell oder maschinell? Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre Produkte sachgerecht, sicher und praktisch zu verpacken. Ich arbeite seit 31 Jahren im ABC und freue mich jeden Tag auf meine Arme. Mit individuellen Montagevorrichtungen und Montagewerkzeugen fügen wir die von Ihnen beigestellten oder von uns produzierten Teile zusammen. Einfache Baugruppenmontagen sind für uns ebenso selbstverständlich wie die Montage komplexer Schaltanlagen. Unsere vielen helfenden Hände garantieren Ihnen eine große Palette an Möglichkeiten. Rund um das Thema Konfektionierung, wie zum Beispiel abfüllen, eintüten, binden, anschießen, etikettieren, kleben oder auszeichnen. In unserer Druckerei kann unser Team professionell von der Druckvorstufe über digital ein- oder mehr Farbdruck anbieten. Unsere geschulten Fachkräfte und unser modernes Equipment stehen für beste Erzeugnisse. Geschäftsausstattung wie Visitenkarten, Briefbögen und Umschläge oder auch Flyer, Prospekte, Kundenzeitschriften, Fahrbriefe. Mit unserer vierfarben Offset-Druckstraße können wir hohen Ansprüchen gerecht werden. Auch Ihre Textilien machen wir mit Textildruck zum Hingucker. Meine Kollegen und ich, wir sind ein tolles Team und uns macht die Arbeit viel Spaß hier. Hier im HPZ entwickeln und produzieren wir nachhaltige Produkte, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Die Arbeit an solchen Produkten schaffen entscheidende Impulse für Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen, die sie mit Unterstützung unseres Fachpersonals herstellen. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Menschen mit Behinderungen bei gezielter Förderung durch unsere Reha-Spezialisten Fortschritte machen. Auch unsere Kunden sollen von diesen Kompetenzgewinnen profitieren. Es ist unser Ziel, wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen bei hoher Qualität und zu angemessenen Preisen zu bieten. Heilpädagogisches Zentrum Krefeld, Kreisphirsen, GGMBH. Wir eröffnen Chancen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020